Herzlich Willkommen! In diesem Video zeige ich euch das Astro Fat Cap auf vier verschiedene Spraydosen. Meinen auf den Nu, auf den Gold, Black und die 90er Spraydose. Dabei beginne ich von links nach rechts und ihr könnt unten in den Timestamps einfach zu der jeweiligen Dose hinspringen, was ihr gerne sehen möchtet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn ich euch heilige gekauft habe, dann wäre es cool, wenn ihr das Video liked bzw. wenn Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Bis bald!